Morgen die Kiste, Kappe Oh ja Was steht denn da drinne? Ist da kein Key drin, oder? Hä? Ne, ist kein Key drin Versteht was drin Versteht was drin Steal Cut Komora de Charme Irgendwas Da komm ich Das ist genau vor mich gestellt Einer Lori Ja, ich hab auch einen, wie ich es ist Komm wieder raus Einer noch Einer vor mir, wo auch Er trifft je Schuss Die Rafe ist low Ja Die Q ist weg Sehr schön, die hat gelieft Nein 3 Achso, hier ist Oh geil, wie die gelieft ist Hahahaha Seier gegönnt Alter Merci Bitch Peacekeeper Ich hab hier einen Syringes 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 Und ein paar hab ich auch noch Wir müssen aber noch welche sein, ne? Ja Ja Das ist obicht Oder? Stimmt Können wir erstmal hoch? Ja Hin uns War nur einer War nur einer Mit Zorn Ne Oben auf dem Dach Oben auf dem Dach Der ist runtergefallen Der ist runtergefallen Komm mal runter da Er ist schlauer Quatsch Alter, musst du mich doch erschrecken Bist du nur behindert, alter? Das ist so geil Das ist so geil Was war das denn er? Sepp Hier oben ist der Wäsche Regiert ihr an Highcrowns Nach hinten Komm, komm komm, geh rein Ja Da ist noch eine Schildzelle Warte wie Ja Oh, geil Header Mach ich mal Respektieros, ne? Ne, nicht wirklich Hier hat sie jetzt schon die Rave Ich hab noch keinen Bock, dass die noch hier irgendwie unbemerkt reinkommen Oh Mann, ich hab noch keinen Bock, dass die noch hier irgendwie unbemerkt reinkommen Ich kann zwei dazu sein Ich komm erst mal rein wieder Ich bin drinnen Moin Jetzt sind zwei Teams Jetzt alle, beide fallen angeschlossen Ja, gemated Einer, Schild weg Die stehen da oben, Achtung Wo oben Wo oben Ert sei oder? Ach nee, awesome Komm rein Loch Jetzt wieder oben auf dem Dach Ja Na bank Oben ist bei mir, bei mir ist einer oben auf dem Dach. Ja, ja, aber einer ist direkt oben. Pullt sie ihn hoch? Ich glaube die Außen bei mir, du schießt. Einer kann chillen mehr. Die Racer ist low. Die haben sich weggeführt. Scheiße. Die ist in der Rotform. Da läuft. Einer. Gekillt, der ist hier rechts. Der hat so einen Regenerator. Bei mir zwei. Kau! Oh, ich bin oben. Ich bin oben, oben oben. Nein, ich bin oben. Ich komm zu dir, versuch's zumindest, aber jetzt ganz im Zwischen. Okay, ihr seid da. Was sagst du? Hast du einen Phoenix? Hier, da kommt einer, pusht euch. Okay, nice. Hier ist noch ein neues. Ach, scheiße. War noch immer noch da? Ne, ne, das ist der von oben. Komm hier rein. Komm, 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 komm. Bist du zusammenreichend? Ne, ich hab's nicht. Ähm, so rein in Form, dann in den und rein. Ja, dann schnell zu Psychi. Was ist so? Alter. Was? Was? Warte mal. Guck mal hier. Warte mal. Warte mal. Guck mal hier. Da oben drauf, oder was? Hier ist sogar noch ein Phoenix. Ja, da oben war einer. Einen hab ich gesehen. Was ist das denn? Ja. Und da ist die andere. Ich hab auch noch einen gesehen. Ach, scheiße. Ich weiß nicht. Oh, da ist glaube ich Craver oder irgendwas angekommen. Ja, da muss man schon Kopf treffen. Hier ist noch ein Phoenix. Weiter links runter. Geht jetzt über die Züge? Der andere Port löht da hinten. Der andere Port löht da hinten. Gleich. Bleibt zusammen jetzt. Wo ist denn der? Da, hinter dem blauen Rape. Lass ihn zusammen pushen, bitte. Ja, warte, 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 warte. Läuft nach rechts. Da ist nichts. Hitter. Geht's auf. Upgrade. Der letzte Schirm ist da. Aber wir sind drinnen. Lass ihn einfach kommen. Ist doch nur da rein, oder? Denke ich. Ach, komm jetzt. Zeig doch mal deine hessische rüber, Alter. Eier hier nicht so behindert rum, du Spast, ey. Hier ist noch einer. Oh, sind doch zwei. Da klettert einer zu dir hoch. Sind drei. Clevel, vorsichtig. Boah, shit. Ich werd jetzt nicht geprüft. Ich hab die sich die ganze Zeit nicht bemerkt, man. Wie traurig sind. Wie traurig sind. Keine Radar. Noch. Komm, wir kommen zurück. Der Mirage-Hondo-is-50er-Hilt. Einer broken, oberrechts. Wieso? Einer auf dem Dach? Kolt ist zu kämpfen Bro! Einer knocked! Einer close! Einer fischli-stackt! Oh nein! Was macht der? Letzter! 1-1 2-1 Jawohl, Alter! Geil gemacht! Ein bisschen geschnitten! Ja, ich hab eben schon gedacht, als du hinter ihm warst So dieser Scheiß-Moment, wenn man ihn da nicht ordentlich trifft Oh, nehm! Oh, nehm!